Am Ende der 60er Jahre war man der Meinung, es ist eine aussterbende Spezies. Wir haben ziemlich spontan beschlossen, wir wollen sowas machen. Wir wollen das in Bremen machen. Ich fehle nur, wenn ich wirklich irgendwie weg bin. Es took a while before I became completely obsessed. Ich dachte immer alle zwei Wochen, was soll ich dazwischendurch machen? Wir sind halt so eine hundgemischte Gruppe, so ein Sack voll Flügel. Und ich war schon ein bisschen frustriert, weil ich keine Ahnung hatte, was die da machen. Aber irgendwann macht man einfach mit und macht einfach nur Spaß. In unserer Gruppe würde ich jeden einzelnen auf der Straße, auf dem Dunkeln erkennen. Es gibt echt viele Momente, wo ich mir denke, BAM! Ich denke, RAW ist wahrscheinlich das Wort, das ich benutze. Es ist Leben, es ist Liebe, es ist Passion. Aber das hat etwas Ergreifendes an sich und das können auch Leute, die keinen Glauben haben, durchaus nachvollziehen. Wir wissen eigentlich immer noch nicht so genau, was wir da tun. Wir kommen ja wirklich einfach nur zusammen und singen kann. Wir freuen uns nicht, dass wir das Jet Propole in der Kan. Sch� Es ist eine Attraktion, diese universelle Verwendbarkeit auf der Welt für die Geschichte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Bewegung auch wieder größer wird.